Herzlich willkommen zu Durchstarter, dem monatlichen Karrieremagazin der Salzburg AG. Rund um die Themen Ausbildung, Arbeitswelten und Zukunftstrends. Und gleich zu Beginn haben wir einen Durchstarter im wahrsten Sinne des Wortes für Sie, und zwar den 24-jährigen Daniel Fraunschuh. Der hat gerade seine Doppellehre absolviert und auch die Matura gemacht. Und das sind beides Dinge, die viele Lehrlinge bei der Salzburg AG anstreben. Aber nicht nur auf Lehrberufe bezogen, hat einer der größten Arbeitgeber im Land ein sehr vielfältiges Ausbildungsangebot. Und doch ist es in Zeiten des Fachkräftemangels eine echte Herausforderung, qualifizierten Nachwuchs zu finden. Unser Durchstarter heute hat seine Berufung jedenfalls gefunden. Ich bin der Fraunschuh Daniel, ich bin 24 Jahre alt und habe jetzt gerade bei der Salzburger AG meine Lehre als Anlagen- und Betriebselektriker und Maschinenbautechniker abgeschlossen. Wir sind da jetzt in der Zentralwerkstatt der Salzburger AG, wo man einen großen Teil der Ausbildung verbringt. Da herinnen lernt man die grundsätzliche Bearbeitung von Metall, die verschiedenen Metalle auseinanderkennen, sprich Metallurgie. Man lernt dann auch den Umgang mit verschiedensten Maschinen und man wird auch gebührend auf die Berufsschule vorbereitet. Wichtige Sachen, was man mitbringen sollte in die Lehre, sind Interesse generell an Arbeit, an Praktischer. Man soll etwas mit den Händen machen wollen. Man soll sich für Elektrotechnik, für Metall interessieren und einfach wirklich ein Praktiker sein. Für die Salzburger AG als Arbeitgeber habe ich mich hauptsächlich deswegen entschieden, weil es ein großes Unternehmen ist mit breit gefächerten Interessen. Jedes Jahr wird ein Lehrlingsaktionstag veranstaltet und zusätzlich dazu auch noch ein Lehrlingsausflug. Nachdem wir in der Salzburger AG ein großes Unternehmen sind, findet die Ausbildung nicht nur da herinnen in der Zentralwerkstätte statt, sondern auch zum Beispiel in einem Umspannwerk oder in einem Kraftwerk. Wir sind hier jetzt im Umspannwerk in Hagenau und da sind mehrere Arbeiten durchzuführen. Unter anderem gehört da die Schalterwartung dazu. Und zwar muss man dazu die Isolatoren reinigen von der Schalter. Es müssen alle klemmen und Schrauben nachgezogen werden mit einem entsprechenden Drehmoment, damit gesichert ist, dass die nicht aufgehen. Wir sind hier jetzt im Heizkraftwerk Mitte, genauer gesagt in der Warte, von wo aus der Betrieb des Kraftwerks gesteuert wird. Da herinnen sitzen unsere Wärter an ihrem Computer und sorgen dafür, dass alles läuft, was laufen soll. Wir befinden uns jetzt im Prüflabor, dem Bereich, wo ich in meiner Lehre relativ viel Zeit verbringe. Da herunten werden Sensoren überprüft, damit die dann später wieder in die SPS eingebunden werden können und überhaupt einmal ein Bild entsteht in der Warte. Ich habe nach der Matura an der AHS da in der Salzburg AG meine Lehre abgeschlossen und möchte jetzt nur einen Master machen, damit ich mich beruflich verwirklichen kann. Tempo, Flexibilität und hohe Leistung. Das wird in der heutigen Arbeitswelt immer mehr gefordert und geht häufig zu Lasten der Gesundheit der Mitarbeiter. Rückenschmerzen, chronischer Stress bis hin zu Müdigkeit und Kopfweh oder auch Schlafstörungen sind dabei häufige Symptome. Dabei sind gesunde und zufriedene Mitarbeiter ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Gesundheitsförderung spielt also eine immer wichtigere Rolle und die Salzburg AG hat dabei einiges zu bieten. Die betriebliche Gesundheitsförderung nimmt mittlerweile bei vielen Unternehmen eine zentrale Rolle ein. Auch die Salzburg AG versucht mit einem breiten Angebot von Lauftreffs und Yoga bis hin zu Rückenfit-Kursen die Gesundheit der Mitarbeiter zu stärken und somit Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen. Eine besondere Gesundheitsschulung gibt es in diesem Jahr für die O-Bus-Fahrer. An 24 Terminen lernen die Teilnehmer von einem Physiotherapeuten, wie sie zukünftig Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich vermeiden können. Mittels unterschiedlicher Tests findet der Physiotherapeut heraus, wo die Ursachen für mögliche Beschwerden liegen. Klassischerweise Schulternacken. Das ist einfach aufgrund vom Sitzen, ist da wahnsinnig viel Spannung, weil die Position des Kopfes oft nicht in der richtigen Stellung ist im Vergleich zum restlichen Körper und Lenden über Säule trotzdem auch noch. Das Wichtige ist, sie lernen individuell für ihren Körper, für ihren Bewegungsabrat und für ihre Beschwerden sofort helfen. Ich kenne natürlich genug Kollegen, die ähnlich unterwegs sind wie ich von der Zeit her und die vielleicht nicht zum Sport machen viel Zeit haben, die ja mit dem Übergewicht oft kämpfen oder anderen Sachen. Und ich glaube, da kann man wirklich sehr viel umsetzen davon. Mit einfachen Übungen zeigt der Gesundheitsexperte allen Teilnehmern leicht durchführbare Anleitungen zur Selbsthilfe. Das Wichtige ist, dass sie zwischen den Faden oder einfach ganz kurze, kleine Bewegungen machen, und dass der Körper das kriegt, was er braucht, nämlich sinnvolle Bewegung. Weil wenn er lang in einer Position ist, egal ob es jetzt sitzen oder stehen ist, also in dem Fall bei den Busfahrern ist es beim Sitzen, ist es so, dass der Körper einrastet und in einer Fehlhaltung verharrt. Und aus dieser Fehlhaltung sinnvoll ausbrechen, also einfach ein paar Bewegungen, Kleinigkeiten machen, das ist das, was sie beitragen können. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, man sieht seine Defizite, die man einfach hat nach den Jahren. Und es sind praktische Übungen, die man eben an einer Endart der Stelle zum Beispiel oder natürlich zu Hause gut umsetzen kann. Zusätzlich wird für jeden O-Bus-Fahrer der Fahrerstuhl ergonomisch richtig eingestellt und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Jeder Fahrer hat seine persönlichen Daten auf einer Karte gespeichert und findet so schnell in die richtige Sitzposition. Und wir haben es jetzt so eingestellt, dass es möglichst ideal ist für jeden. Dass einfach das Verhältnis Kopf, Schulter, Nacken, Becken gerade ist und dass sie dann einfach da weniger Beschwerden haben. Man kriegt das sogar gezahlt bei uns. Also das ist wirklich, wie wenn ich jetzt arbeiten würde. Also ist das sehr entgegenkommend. Weil hingehen könnte man theoretisch überall, aber wer hat die Zeit? Das ist schon auch ihre Weitschätzung von der Firma gegenüber. Den Busfahrern finde ich super. Gesunde, zufriedene, motivierte und produktive Mitarbeiter sind das Erfolgsrezept eines jeden Unternehmens, wenn es darum geht, aktuelle und künftige Herausforderungen zu bewältigen. Laut einer aktuellen Studie eines finnischen Sicherheitsunternehmens ist Österreich derzeit das beliebteste Ziel bei Hackern. Erst danach kommen Länder wie die USA oder Großbritannien. Das heißt, jedes Unternehmen sollte sich eigentlich gegen Hackerangriffe rüsten. Und wenn man dann an die Menschen denkt, die gegen Hacker ankämpfen, welches Bild haben sie im Kopf? Frauen sind jedenfalls in sicherheitstechnischen Bereichen, sagen wir, nicht gerade in der Überzahl. Aber es gibt sie. Wie Verena Petro zum Beispiel. Sie ist Sicherheitskoordinatorin bei der Salzburg AG und gemeinsam mit ihrem Team an Technikern reagiert sie blitzschnell auf Cyberattacken. Ich habe mich schon sehr früh für eine technische Ausbildung entschieden und habe nach vier Jahren Mädchengymnasium an die HTL in Salzburg gewechselt. Und zwar den Zweig Nachrichtentechnik und Elektronik. Und mir war das damals auch wichtig, recht schnell ins Berufsleben einzusteigen. Das heißt, nach der Matura habe ich mir sofort einen Job gesucht und habe dann noch berufsbegleitend an der FH Salzburg Telekommunikationstechnik und Systeme studiert. Mein Name ist Verena Petro. Ich bin im Bereich Technisches Services bei der Salzburg AG als Informationssicherheits- und Abteilungskoordinator tätig. Wir haben sehr nette und teamfähige Kollegen. Für mich sind sie einzigartig. Also ich schätze sehr die Kombination aus technischer Expertise, ausgeprägten Individualismus, aber auch sehr starke Teamfähigkeit. Also prinzipiell beginnt der Arbeitstag einmal mit einer Tasse Kaffee und ich schaue mir dann die aktuellen Security-Themen an. Was ist wichtig? Wer könnte welche Informationen brauchen? Und da gestaltet sich dann so, dass entweder die Maßnahmen, die abgeleitet werden, umgesetzt werden oder halt irgendwelche Störungen, die aufpoppen, die man halt dann direkt behandeln muss. Probleme erkennt man die Monitoring-Systeme sehr einfach visuell durch eine optische Kennzeichnung, dass irgendwo zum Beispiel das Rot wird, dass man sagt, okay, da muss ich jetzt hinschauen, um das Problem muss ich mich kümmern. Was dann die Ursache des Problems ist, das muss man dann sehr individuell feststellen und suchen und recherchieren, weil in der Regel ist es so, dass jetzt die Recherche wesentlich länger dauert als die Behebung des eigentlichen Problems. Und damit das Ganze dann auch wieder ordnungsgemäß läuft und die Funktion wiederhergestellt ist. Prinzipiell ist es natürlich so, dass die Cyberattacken weltweit stetig steigen, die Statistiken spiegeln das auch wieder. Also momentan würde ich sagen, so die gängigen Methoden wie Phishing, Ransomware oder Social Engineering sind so die häufigsten, wo die Hacker versuchen, sensible Informationen zu ergattern oder Schadsoftware zu verteilen. Prinzipiell ist der Tenor, mittlerweile jeder wird gehackt. Der Fokus liegt hier stark auf dem Faktor Zeit, also wie schnell wird es erkannt und wie schnell werden Gegenmaßnahmen eingeleitet. Wir haben natürlich im Unternehmen sehr viele verschiedene Service-Hotlines und Mitarbeiter, die Support liefern. In unserem Fall, in der Netzwerktechnik, ist die Fehlermeldung eigentlich immer gleich, das Internet geht nicht. Und das Spannende daran ist einfach dann rauszufinden, naja, warum geht das Internet nicht? Und man hat natürlich als Kommunikation nur die Telefonverbindung. Für mich ist der Job wichtig, weil ich der Meinung bin, Cyber Security ist wichtig und wird immer wichtiger. Und vor allem ist es auch ein Thema, wo wir alle zusammenhalten müssen. Und die Salzburger AG bietet auch ein sehr umfangreiches Spektrum an Technologien und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wo man dann seine Zukunft verwirklichen kann. Das war's aus der Durchstart der Redaktion. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, denn bei uns stapeln sich die spannenden Geschichten nur so. Also dann, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Und dann, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.